Herr Bauer, Herr Bauer! Was ist? Komm her! Ich komm! Was ist denn los, mein Junge? Meine Mutter. Was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter ist da reingefallen. Da rein? Ach Gott, ach Gott. Junge, du, keine Sorge, das schaffen wir schon. Bleib ganz ruhig, ne? Geile Sorge, mein Junge, das krieg ich schon geregelt. Meine Mutter. Du, meine Junge, aber ich kann deine Mutter nirgends wohl finden. Dann brauche ich die blöde Schraube auch noch mehr. Ja. Danke. 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 Vielen Dank.